Leonard Freyer, 36, hat den Braten offenbar schon gerochen. Vor wenigen Tagen überraschten der ehemalige Bachelor und seine Frau Kaona ihre Fans mit besonders erfreulichen Neuigkeiten. Nach Töchterchen Aurora erwartet das Paar aktuell seinen zweiten Nachwuchs. Bereits im Februar 2022 soll ihr Baby das Licht der Welt erblicken. Das Geschlecht wissen der Ex-Rosen-Kavalier und seine Liebste noch nicht, dass Kaona wieder schwanger ist, hat Leonard hingegen als erster vermutet. Ich wusste es vermutlich noch vor ihr, verrät Leonard im Interview mit Promiflash. Bereits in der ersten Schwangerschaft sei seiner Frau immer übel gewesen. Dieses Mal war es eigentlich genau gleich. Es ging ihr nicht gut und ich hab gesagt, jetzt bist du wohl wieder schwanger, erinnert sich Leonard an den Moment zurück. Ein Schwangerschaftstest lieferte den beiden dann die Gewissheit, sie erwarten tatsächlich wieder ein Kind. Die Nachricht kann Leonard selbst noch kaum fassen. Ich bin unglaublich glücklich darüber, dass wir nochmal Eltern werden dürfen, schwärmt der 36-Jährige. Nicht nur er und Kaona freuen sich über den Nachwuchs, auch Tochter Aurora ist ganz gespannt auf ihr Geschwisterchen. Wir haben uns schon lange gewünscht, nochmal Eltern zu werden. Es ist das Schönste überhaupt, Kinder zu haben, lässt Leonard seinen Gefühlen freien Lauf. Wir haben uns schon lange gewünscht, viel Spaß beim pills. Tschüss. Vielen Dank.